Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur achten Ausgabe der Griefer News. Das Creator Team hat wieder Unterstützung erhalten. Die Streamerin Zaubermaus und die Streamer Verzeihung und Nachtduner Geisterbahn haben den Streamerrang erhalten, während Paui seinen Rang aufgrund seines aktuellen Umzuges abgegeben hat. Auf Citable 12 finden neue Wahlen für den Helferrang statt, weil Sabi 87mm freiwillig zurückgetreten ist. Ein weiteres Lucky Weekend hat auf Griefer Games gestartet. Die Lucky Kisten sind wieder erhältlich und es bestehen doppelte Chancen auf alle wertvollen Items in den Sommer- und Supreme Kisten. Zudem ist auch der Coinflip-Befehl bis morgen auf dem Server wieder verfügbar. Mit Slash-Coinflip und einem Betrag bis zu 10 Millionen Dollar kann man sein Geld sofort verdoppeln oder verlieren. Die Chancen stehen laut Server-Owner bei ca. 48 zu 52. Ein Cooldown für den Befehl gibt es nicht. Die Griefer News haben eine neue Videoreihe eingeführt namens Griefer Clips. In dieser Videoreihe werden lustige und unterhaltsame Clips von Griefer Games Streamern werden sie auf dem Server-Stream zusammengeschnitten. Das Format wird je nach Menge der verwendbaren Clips beliebig auf diesem Kanal veröffentlicht. Sie können jederzeit Clips auf dem Discord unten in der Videobeschreibung im Griefer Clips Vorschläge Kanal einsenden. Die Clips müssen auf dem Griefer Games Server entstanden sein, sollten lustig oder unterhaltsam sein und möglichst nicht im Casino oder sonstigen Glücksspielplots entstanden sein. Ob der Streamer einen offiziellen Creator-Rang hat, ist irrelevant. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.